Und ZDF sitzen sie in der ersten Reihe. In der sitzen die Gezzinis immer. Sie bevorzugen Klasse statt Masse. Hallo, Albert Gezzini, Aufsteiger der Worte. Mein Heli-Bike mit integriertem Radio. Nicht schlecht fürs zweite Lea-Jagel. Und den Super-Empfang hab ich hier sowieso. Ah, die Beimers gucken Lindenstraße. Und die Simpsons-Forsthaus-Falkenau, da bin ich voll drauf. Und der Müller hört Radio. Oder ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet. Unbekanntes Flugobjekt? Das bin ja ich. Turbomäßig schnell wie vom Radio. Radio ist echt stark. Aber nicht vergessen, Jugendliche mit eigenem Einkommen müssen Radio und Fernseher anmelden. Formulare gibt's nur bei Banken und Sparkassen. Erst anmelden, dann einschalten.